Kapitel 13 Die zweite Prüfung in der Zerrwelt Ich besaß nun endgültig einen Splitter der dunklen Macht. Ich konnte die erste Prüfung bestehen. Ich konnte es selber einige Zeit nicht fassen, doch es war wahr. Ich hatte die Macht, die dunkle Macht zu erkämpfen und mich an all den Verrätern in dieser Welt zu rächen, bevor ich das Wesen vernichtete, das die Wurzel des Problems darstellte und dafür verantwortlich war, dass ich alles verloren hatte. Ich versuchte noch einmal drüber nachzudenken, was es alles genau war und kam zu dem Schluss, es wäre besser, wenn ich nachdachte, was mir noch blieb. Doch was war es? Sollte ich Erfolg haben, wäre Lord Ecke der einzige Freund, den ich noch hätte, wenn überhaupt. Ich konnte nicht einschätzen, wie er es denn überhaupt verkraften würde. Würde er es überhaupt verkraften? Würde er die Tatsachen in seinem Kopf verdrehen und mir die Schuld am Tod seines besten Freundes geben? Ich konnte die Prüfung nicht mit solchen Gedanken bestreiten, deshalb konzentrierte ich mich auf das Hier und Jetzt. Doch bevor ich in Richtung der Ruin der Zeit aufbrach, zu den Überresten des Zeiturms, um meine zweite Prüfung zu bestreiten, entschied ich mich, einen vorsichtigen Blick nach Schatzstadt zu werfen. Hatten die Steine noch lange gehalten, waren die Verräter noch dort? Ich vermutete es nicht, doch vielleicht hatten sie ihren Standpunkt dort gehalten und ich fand vielleicht Spuren von ihrem derzeitigen Aufenthaltsort. Zumindest die letzte dieser Fragen konnte ich mir jedoch nach dem Besuch in Schatzstadt immer noch nicht beantworten. Als ich dort ankam, waren die Felsen, mit denen ich den Ausgang der Klippe versehen hatte, alle fort. Kein Pokémon und kein Gegenstand befand sich mehr dort. Meine ehemaligen Freunde waren auf die Suche nach mir gegangen, um der dunklen Macht zum Sieg zu verhelfen. Der Gedanke daran machte mich immer noch fertig. All diese Pokémon waren meine Freunde gewesen. Sie hatten immer zu mir gestanden und selbst in den schwierigsten Zeiten gegen die Finsternis gekämpft. Sie waren diejenigen, denen ich vertraut hatte. Doch nun musste ich einsehen, auch sie waren alles nur egoistische Wesen, die nur um ihre eigene Haut kämpften. Niemandem von ihnen war es je um etwas anderes gegangen. Sogar Günther, der eigentlich so viel für uns getan hatte und damals sogar bereit war, sich für uns zu opfern. Doch all diese Gedanken der Verzweiflung halfen mir kein bisschen weiter. Ich war inzwischen einen großen Schritt ohne sie gegangen. Doch ich dachte noch einmal anders über die Sache nach. Was, wenn mich meine Freunde gar nicht verraten hatten? Zumindest nicht aus freiem Willen. Wurden sie von irgendetwas kontrolliert? Doch ich dachte wieder an ihr Gespräch an jem Abend und verwarf diesen Gedanken wieder, bevor ich in Richtung Ruin der Zeit zog. Als ich hier am Strand ankam, zeigte sich ein großes Problem. Anders als in der normalen Welt, in meiner Welt, wartete hier kein Lapras, das mich in das verlorene Land und somit zum Zeitun oder den Ruin der Zeit bringen könnte. Verdammt, warum habe ich da drin nicht gedacht? Irgendwie muss ich doch zu den Ruinen kommen. Auf einmal schoss ein mir völlig unbekanntes Pokémon aus dem Wasser heraus. Ruin? Meinst du etwa die Ruin der Zeit? Mir war dieses Wesen nicht geheuer. Deswegen antwortete ich etwas zögerlich. Zudem konnte ich nicht wissen, ob meine ehemaligen Freunde vielleicht bereits Verbündete in dieser Welt hatten. Ja, genau, diese Ruinen meine ich. Weißt du etwas über sie? Ja, ich kenne die Ruinen wie meine Westentasche. Ein unwirtlicher Ort, in dem Raum und Zeit aus den Fugen geraten sind. Für viele Pokémon ein Albtraum. Für mich ein Paradies. Durch diese Aussage kam mir das Wesen noch suspekter vor. Doch nun, wo ich mich darauf eingelassen hatte, gab es sowieso kein Zurück mehr. Wie kommt man dorthin? Ich will die dortige Prüfung bestreiten. Nun starte mich das Wesen mit einem ähnlichen Blick an, wie dem, den die Weltall am Anfang aufgesetzt hatte. Du willst die Prüfung machen? Das ist so irre. Mir gefällt die Idee. Ist zwar eigentlich nicht mein Bier, aber wenn du Spaß daran hast, dann werde ich dich dorthin bringen. Spring auf meinen Rücken. Zögerlich stieg ich auf und das Pokémon begann zu fliegen. Der Flug war sehr wackelig, doch das Pokémon war so riesig, dass es beinahe unmöglich war, unabsichtlich von seinem Rücken zu stürzen. Während wir über das schier endlose Meer schwebten, begann das Pokémon mir ein paar wenige Fragen zu stellen. Wie kommst du überhaupt die Idee? Ein Pokémon wie du könnte die Prüfung bestehen? Ich überlegte erst, ob ich lügen sollte, vor allem darüber, dass ich bereits eine Prüfung bestanden hatte. Doch ich hatte das Gefühl, diesem Wesen vertrauen zu können und blieb ehrlich. Nun, es ist nicht lange her, da habe ich von einem Pokémon, welches ehemals mein Freund war, und Informationen aus dem Expertenkreis hatte, die Info erhalten, dass ich angeblich der Auserwählte dieser Welt sein sollte, und weil ich eigentlich relativ schwach bin und nicht einmal aus dieser Welt stamme, habe ich es eigentlich auch nicht geglaubt, aber ich muss das Risiko eingehen, um meinen besten Freund zu rächen. Er ist bei dem Anschlag eines Verräters in sein Leben gekommen und nur wenige Tage und nur wenige Stunden später hat dieser Verräter mir noch einen Freund genommen. Als ob das nicht schlimm genug wäre, haben mich nun die Pokémon, die ich ewig lange für meine Freunde gehalten habe, verraten und sich auf die Seite des anderen Verräters und der Finsternis gestellt. Sie wüssten lange Zeit nicht, dass ich über ihren Verrat Bescheid weiß, aber nun jetzt bin ich gefroren, um die Prüfung zu bestehen, und ich spürte wieder eine finstere Resonanz aus meinem Körper hinaus, und es scheint zu stimmen, was ich erfahren habe. Es dauerte einen Moment, bis das Wesen meine Geschichte wirklich verstanden hatte. Im Moment scheinst du ja nicht gerade Glück zu haben, aber warum denkst du jetzt, dass du der Auserwählte sein könntest, nur wegen den Erzählungen von einem Pokémon, das dich offensichtlich anlügt? Ich... Ich habe bereits eine Prüfung bestanden. Was? Du hast eine Prüfung bestanden? Welche? Es war die Prüfung im Void, die von Iveltal. Unglaublich! Aber glaub nicht, dass die anderen Prüfungen auch so einfach werden. Damit war die Unterhaltung beendet, auch wenn die Prüfung im Void alles andere als einfach war und ich das zunächst auch noch sagen wollte. Ich muss danach wohl eingeschlafen sein, denn irgendwann weckte mich dieses Pokémon wieder auf. Jetzt wach endlich auf! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Wir befanden uns nicht mehr im Flug, sondern inmitten von Trümmern, in einer merkwürdigen Umgebung. Sind das hier die Ruinen der Zeit? Genau. Und hier willst du jetzt deine zweite Prüfung bestreiten? Richtig? Äh, ja. Weißt du, wo ich den Wächter der Prüfung finde? Anstatt das Pokémon... Anstatt zu antworten, trat das Pokémon in die Mitte der Ruinen und begann wieder zu schweben. Somit ist es entschieden. Ich, Giratina, werde ich deiner zweiten Prüfung in der dunklen Welt unterziehen. Wenn ich heute darüber nachdenke, weiß ich nicht, weshalb ich... Weshalb doch ich warstaunt, dass gerade dieses Pokémon der Wächter der Prüfung sein sollte. Zudem, dass das ein Giratina war. Eines der berüchtigsten legendärten Pokémon in unserer Welt. Der größte Feind des Gleichgewichts von Raum und Zeit. Der Gott der Zerrwelt. Ich konnte nicht glauben, dass ich gerade erst ein normales, sinnvolles Gespräch mit diesem Pokémon geführt hatte. Deine Prüfung wird simpel sagen, wie sie klingt. Es geht um einen Hausbesuch bei mir. Du musst nicht so mit mir reden, als wäre ich dumm. Meine Prüfung findet in der Zerrwelt statt, das höre ich selber. Du bist schlauer, als du aussiehst. Na dann, legen wir los. Nachdem sich die gesamte Welt für wenige Sekunden im Kreis drehte, sah meine Umgebung völlig anders aus. Der Himmel war dunkelblau, nicht mehr rot wie zuvor. Überall schwebten riesige Felsen in der Luft, als einzige Möglichkeit, nichts ins Bodenlose darunter zu stürzen. Die Giratina schwebte immer noch vor mir, doch es schien, als würde sich etwas tun. Bevor ich mich versah, vollzog er eine Verwandlung, bei der er seine Beine verlor und durch tentakelartige Krallen ersetzte. Willkommen in der Zerrwelt. Diese Welt ist der Ursprung allen Lebens, doch wurde von den Göttern verstoßen, als die anderen Welten entstanden. Diese Welt ist die einzige, in der alles ist, wie es eins war. So auch ich in meiner Urform. Tatsächlich fühlte ich selber mich auch anders. Es war ein Gefühl, das mir gleichzeitig bekannt vorkam, das ich andererseits noch nie verspürt hatte. Es war mächtig, mächtig und doch finster. Und in dieser Welt, deren Gott ich bin, wirst du gegen meine wahre Form antreten und scheitern, so wie alle. Mit diesen Worten begann meine zweite Prüfung in der dunklen Welt. Und ich wusste, der Kampf gegen Giratina würde im Gegensatz zu jem gegen Ivelthal eine wahre Prüfung werden. Zumindest glaubte ich das. Giratina schien jedoch nicht an einen fairen Kampf zu denken. Er wollte die Vorteile, die es mit sich bringt, ein Gott zu sein, so gut wie möglich nutzen. Bevor ich mich versah, war Giratina vor meinen Augen verschwunden. Der Wirbel, der das Bodenlose unter mir darstellte, begann sich zu drehen und es schossen merkwürdige Formen heraus. Es waren normale Kugeln, Würfel und ähnliches, doch sie wirkten irreal und passten nicht in diese Welt. Zudem waren sie nur Gitterstrukturen, die ohne jeglichen Sinn im Raum herumschwebten. All diese Formen, mit ihren verschiedenen Farben, begannen um mich herum zu kreisen. Sie tat nichts, doch Giratina war ebenfalls nicht zu sehen, als er auf einmal in manchen der Formen zu erkennen war. Kaum entdeckte man ihn ein paar Quadern, befand er sich schon in den Pyramiden oder in den Kugeln. Ich wusste nicht, wohin ich angreifen sollte oder was zu tun war. Auf einmal drehten sich die Spitzen der Pyramiden zu mir und schossen Laser auf mich. Ich konnte mich nicht bewegen und wurde verwundet, während Giratina mich weiter mit seinen Tricks quälte. Doch in diesem Moment kam irgendetwas in mir hoch. Es schien, als würde etwas entstehen. Ich feuerte eine gigantische Hitzewelle los und alle Formen versenkten. Giratinas Ureform schwebte wieder vor mir. Es reicht mit deinen schmutzigen Tricks, jetzt kämpfen wir wie echte Pokémon. Giratina schien ab diesem Moment in einer Art Schockzustand gefallen zu sein. Er kämpfte zwar noch gegen mich an, feuerte Spukbälle und Finsterauren, doch er schien selber nicht an einen Sieg zu glauben. Nach wenigen Minuten bestätigte sich diese Vermutung. Die Zerwelt um uns herum verschwamm und wir standen wieder in den Ruin der Zeit. Es reicht. Ohne meine Illusionen bin ich machtlos. Ich weiß nicht, wie du die Willenskraft aufbringen konntest, sie zu bezwingen, aber irgendwie hast du es geschafft. Er schien nicht groß daran interessiert zu sein, mir noch etwas zu sagen. Denn im nächsten Moment stand ich wieder am Strand von Schatzstadt. Vor mir lag der zweite Splitter der dunklen Macht. Anders als ich erwartet hatte, ebenfalls nicht schwer zu erkämpfen. Whoops, ich weiß nicht, wo du das schaffstst, ich weiß nicht, wo du das schaffst, was wir hier dringend machen. Das ist das破,